Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu dieser 10€ PaysafeCut Verlosung. Alles was ihr tun müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen, werde ich euch jetzt aufzählen. Zuallererst solltet ihr natürlich meinen Channel abonniert haben, um zu sehen, wer am Ende der glückliche Gewinner ist. Die zweite und somit auch schon letzte Bedingung, um am Gewinnspiel teilzunehmen, lautet Hashtag PSC in die Kommentare zu schreiben und das war's dann auch schon. Das war's dann auch schon mit den Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels und dann kommen wir nochmal kurz zum Gewinnspiel an sich. Das Gewinnspiel dauert zwei Wochen lang, das heißt die Auflösung des Gewinnspiels wird am 30. Juni 2015 auf meinem Channel zu sehen sein. Wie wird der Gewinner benachrichtigt? Der Gewinner wird von mir eine private YouTube Nachricht erhalten. Falls einer von euch nicht genau weiß, wie er zu diesen Nachrichten kommt, wie er sich diese Nachrichten ansehen kann, stelle ich euch deswegen einen Link zu einem Tutorial in die Beschreibung. Und als Beweis, dass ich auch wirklich eine 10€ PaysafeCut für euch geholt habe, werde ich euch jetzt ein Foto einblenden, natürlich ohne den Code. Und dann werde ich eigentlich schon sagen, war's das auch schon wieder mit dem Video. Ich wünsche euch allen viel Glück beim Gewinnspiel. Und dann sage ich auch schon wie immer, ciao Leute, BeFoStars.